Moin, servus, moin Leute, was geht? Hier ist wieder mal Alex Sais und heute mit einem neuen Stadion-Vlog und zwar das Wiener Derby Rapid Wien gegen Austria Wien. Viel Spaß! Wut der Fuhr! Der Wiener Derby ist der Wiener Derby. Auswandmann unter Sais-Level von 26.000 Euro. Der Wiener Derby ist der Wiener Derby. Wir wollen jetzt schon... Wolli, Dio, Dio! Wolli, Dio, Dio! Wolli, Dio, Dio, Dio! Wolli, Dio, 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 Dio. Ull an w Ohrbringen die Türuan, vier Kombin, vier Kombin, vier Kombin, vier Kombin das Ham Singap Entfer und zur Gruppe Bank. Bっちゃ zwei Kombin. Wir bekommen das MDRAD ganz zu den grozeln. Häißen liegt an da bei 10ét. Auf geht's, die Röder der Bude! Auf geht's, die Röder der Bude! Meine Prediction, by the way, ist ein 2 zu 1 für Rapid, hoffen kann man ja. Aber wenn man Rapid so spielt, wie letzte Woche gegen Sturm, dann kann das wirklich was werden. Beide Teams mit einer Choreo. Die Ende der Gäden-Dieter steigt. Die Ende der Gäden-Dieter steigt. Wir kommen zum ersten Mal, wir kommen zum ersten Mal, wir kommen zum ersten Mal. Und jetzt nehmen wir noch Wings-Fanz für die Unbeschiebe-Kabine, bei Wiener Lavi, hier ist die Mannschaft von Schäufer! Mit der Nummer 8, die Nummer 14, Vicky, Riesel! Mit der Nummer 8, Lukas, Kinnis! Er hat seinen Vertragverleger, die Nummer 9, Kuhino! Kursa, ja! Mit der Nummer 10, Christoph, Nein! Mit der Nummer 27, Marco! Ries! Unsere Nummer 34, Nikolaas! Dackelberger! Mit der Nummer 43, Leo! 4-8-3! Danke! Lüeer! Die Chorier kommt! Ah, ich meld's mich sehr herzlich! Applaus Runds Runds Ja Anton Sam Runds Glut Stich Mit Franc Runds Er Runds Andrew Runds Das war's. Achtung! Yeah, 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 yeah! Copyright Untertitel NDR 2021 Ja! 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 Ich habe jetzt keine Stimme mehr, das ist jetzt so ein Todestag. gründlich, aber das ist kein Tor, also kann ich weitergehen. Drei zu Null! Drei zu Null! Wissen, die Karstianer! Sie sind in die USA! Nummer 7 und Schwarzsehn! Marco! 3! Neuer Spielstand! Rapins! 3! Ostler! 0! Derke! Gritte! 3.30 Uhr halbzeit, let's go! Unterbrechungen wegen den Scheiß-Ausrianern, ich mein, alles, wer raucht, ist nicht mehr normal, wirklich, das macht dir einfach keinen Bock mehr. Wir gehen jetzt zum Beginn, wir gehen jetzt zum Beginn, wir gehen jetzt zum Beginn, wir haben Vorabschiedですね Vorabschied Вот das dort Art Rumsl 승 Die Folie tut mehr weibere Führung auf den Bengalen auf dem Kinn und Lidion. Schon immer. Nein, dürfen Sie nicht mehr, sonst habe ich keine Punkte, sorry. Schwede verlierst uns sehr viele Punkte. Scheiße Bayern! Ich würde sagen, das aus dem Stadion-Blog. Lasst ein Like und ein Abo da und tschau Leute!